Ja, hallo, hey, ich bin Tare Daria, ihr seid von KnappHanemers und heute nehme ich euch mit, für eine Woche einzukaufen. Denn jedes Mal, wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich 5 Euro für Einkauf vor dem Tag ausgebe, sind sie absolut schockiert. Hier zeige ich euch, wie das geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So funktioniert das, dass man mit 5 Euro oder weniger auskommt. Wenn ihr genau schaut, habe ich nicht nur Essen und Trinken gekauft, sondern am ersten Tag auch etwas zum Videomachen. Außerdem bin ich bis auf einmal unter 4 Euro geblieben und habe dann jedes Mal 1 Euro in mein Glas gegeben, um mir ein Rutschen zu speicheln. Ich sage vielen Dank, macht's am allerbesten und ciao.